steinmeier du arschloch kann man auch richtig verstehen dafür müsste es aber auch richtig ausgesprochen sein steinmeier du da müsste man auch in die augen schauen steinmeier steinmeier du arschloch wer hat jetzt gegrinst gelacht und dumm bamm dumm sagen lassen wenn ich das nicht war steinmeier also steinmeier war das nicht aber der steinmeier wird dieses vieh finden wollen steinmeier hey dann wäre arschlochsicht in der weltgeschichtssicht hey etwas mehr gericht und das gesamte werte volk deutschland schweiz österreich und israels und der ganzen welt zwei gedanken was hätte ich jetzt wohl gesagt könnt ihr euch vorstellen wie das wäre wenn diese scheiß türette prinzip wäre hier nicht aber ja steinmeier es wird sich erweisen wie sie hier reingreifen ich habe ihnen in dem einschreiben was sie erhalten werden die tage das erste arschloch was sie hier erwiesen hat 2017 von der vergewaltiger sekte eurer vergewaltiger sekte werden sie wieder gemischt haben und wenn man bei der sicht war wie das wohl anders wäre oder steinmeier ich schreibe mein kampf lebenslang bis zu meinem lebensende wer sich schreiben ich lerne das sind das system heute noch nicht gemacht werde ich aber jetzt dann machen ich habe nur ein laptop mit dem alten hier aber der ging jetzt habe ich eine stunde geschrieben da war das sowas von ultra heiß dieser schon uralt ja jetzt ist es hier so zwei zeit ist zweieinhalb stunden gibt gar nichts ist super leistung dieser rechner hat 600 euro kostet das heißt nur ja aber auch zwei terabyte speicher 1,8 und so weiter wenn auch die video dinger schneller gespeichert jetzt und währenddessen kann ich immer noch schreiben werden und in circa zwei bis drei wochen steinmeier und wer dies folgt gesamten erde werde ich schreibe ich werde die kamera laufen lassen da werde ich mein neben lang meine gedanken aufschreiben und dieses geplatte werdet ihr immer oder steinmeier werden sie da gibt es auch verschiedene charaktere sie ich könnte daraus ja aus dem lachen der vorherigen aufnahmen raushören der doppelaufnahme auch mit du arschloch steinmeier steinmeier du arschloch und das missgeburten wo wir ausliegen mit der verstrahlten mutter wer grinst hier nicht der sohn aber wo haben wir anfangs video das kann man auch richtig verstehen das kann man auch richtig verstehen kann man auch verschieden verstehen verschieden richtig eine richtige version wäre naja noch ein zweiter dritter noch mal einwurf jetzt ist es mein verstand oder mein verstand oder und das scheiß verfickte grinsen mein verstand nein das scheiß verfickte lachen nein nicht mein verstand hey sehr gut mal vermag man hier eine art von nervosität auch während des schreiens mal mir zuordnen auch wenn jetzt kein zähne mir schon mal dabei aber es war eine psychologische frage oder nach frage hat wer auf meine zähne geknirscht wird meine zähne geknirscht der kaut auf dieser seite wieso wird nach seite wieder was gesagt also ärzte wenn das 24 stunden ist was ihr hier merkt da ist ja was los persönliche gespaltenheit gibt es ja nicht oder sagte mir der dr kokolakis aus dem max-blank-institut in münchen hey also video wird beendet bei fünf minuten und fünf sekunden das ist jetzt teil drei von steinmeier du arschloch oder ja also steinmeier falls sie das video sehen sie der echte steinmeier werden und nicht jemand der sie wollte dem steinmeier die extenz geklaut haben vorher schön brav was natürlich das verhalten studiert damit es nicht auffällt aber ihre frau die frau von dem steinmeier ist da vergangslopfer wenn irgendwelche freunde heller haben von der frau oder so da sollte man bitte ihre muschigkontrolle auf wunsch stellen wunsch stellen da mann dort so was so was sind wunschstellen sind von seite seitdem dauerwehr als opfer erklärt oder gesagt da mann die mich schicksal auf der weise in sachsen besucht hatte jetzt bin ich wieder in bayern ne auch steinmeier wunschstellenberprüfung eh landesweit komm lese mein kampf teil 2 die dritten schreiben wir gemeinsam mit wir stadt war wie wir stadt war meine ich die gesamte menschheit ist es klar da gibt es ein welches tonner es kommt ein eindruf daher mit heim mit gehakt naja das video wird beendet ich wollte es bei 0505 b jetzt bin ich das was das video bei einer vergewaltiger sekt doch nicht bei 0606 oder kann sein damit auf youtube 0607 zu sehen ist ich weiß nicht warum vielleicht vertippe ich mich jetzt auch jetzt bei 32100 aber